die der Ritualstein na da muss ich nachher mal hin die Tussi von der Diebesgate hat wenigstens 1000 Gold pro ähm Anlauf ok Ehe alle wenn er nicht einmal für 300 Gold warten gut der Glauben Teil auch bei der ihr werdet ein paar Mal warten müssen hat schon krass viel Diamant und Gold und keine Ahnung was alles hey für manche ist es Ramsch für mich sind es Schätze ähm hab ich noch meinen Ring der Hand des Händlers nicht nur entschuldigen würde ne hierzu werft ein Blick drauf okay hier ach da brauche ich noch einen separaten Anlauf hier ist ja vier Ringe können weg Silberhalskette ja komm also die 6 Gold also gut das tu ich mal nicht so 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 nun müssen wir hier leider wieder mal 48 Stunden warten zu glück nicht in der Nachtzeiten zu glück nicht in der Nachtzeit das wäre wohl unser schlimmster Albtraum dann aber es ist aber es ist ja Mann wir haben schon 10.000 Gold was wollen wir denn mit so viel Zeug anfangen das würde mich mal interessieren dann wenn ihr zusätzlich warum seht ihr euch nicht einige meiner Waren an dann ach vergesse ja immer bei dir muss man ja 4 und 48 Stunden warten bis du wieder Gold hast das finde ich ein bisschen scheisse weil sie hat wenigstens noch 1000 Gold das doch die gut unsere Frau Josola die hatte 300 Gold und mit so wertvollen Waren die wir hier haben da kommen wir gar nicht weit mhm wenn ihr zusätzliche Arbeit ich habe Münzen und ich habe Waren mal sehen ob wir uns einigen können ok seht ihr bis zum nächsten Mal ich kann nicht mal alle Goldringe verkaufen die ich so auf Lager habe momentan ja ja frustrierend die 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 was solls die ist ja vermutlich nicht schwer das ist ja nur ein Ganz schön langweilig sein, wenn ihr da einfach mal 48 Stunden auf der Stelle stehen müsst. Es hätte es wenigstens so machen können, dass nach 24 Stunden wieder neues Gold beim Händler verfügbar ist. 48 Stunden Ingame-Zeit, auch wenn man die Wartefunktion benutzt, ist doch schon ein bisschen nervig, und das mehrmals hinter einander zu machen. Okay. Murray's Ring. Brauche ich nicht. Ja, es wird ja Gewicht 1, die ist gar nicht schwer. Nee, ich... Für manche ist es Ramsch, für mich sind es Schätze. Nee, ich möchte nicht kaufen, ich möchte verkaufen. Nee, Essen auch nichts. Sonstiges. Nee. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet... Ja, mit Tissen und so'n Kram... Das behalte ich mal. Ähm, weil... Da kann ich ja Schmuck draus schmieden. Shit. Okay, da bin ich auch schon wieder. Ich hoffe, ich habe... Ja. Ähm, Steam hat wieder mal gemeint, da müsse irgendwas synchronisiert werden, was... Ähm, Moment mal. Ähm... Ähm... Ah, gut. Wenn ich hier stand, habe ich schon gedacht, ich müsse wieder alles verkaufen gehen. Aber dem ist ja glücklicherweise nicht so. Und hier auch die schöne Karte von Skyrim. Also komm, mach auf hier. Okay, und dann... Gehen wir zum... Schmied? Schmied? Ihr seid wie ich, nicht wahr? Jetzt mit diesen klobigen Zweihändern anfangen. Ähm... Doch, ich kann was mit diesen klobigen Zweihändern anfangen. Das gibt mächtig Leder hier. Richtig krass. Okay. Okay. Nein, Lederstreifen habe ich noch genug. Hier möchte ich noch kurz... Leder. Ja, kräftig schmieden. Okay, nun habe ich noch nicht gesehen, was wir zu wenig haben, aber es... Ah, wir haben zu wenig. Ähm, Lederstreifen. Machen wir hier noch. Bäm. Dann wieder hier hin. Leder. Dann haben wir hier noch einen Lederhilm. Okay. Dann müssen wir uns hier hinstellen. Wohl oder Rübel mal sieben Stunden warten. Damit hier der Marktge... öffnet hat. Grüße, geschätzter Kunde. Darf ich euch meinen edlen Schmuck zeigen? Wollt ihr etwas kaufen? Werft einen Blick drauf. Okay. Verkaufen. 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 Jawohl. Kommt wieder, wenn ihr mehr Gold ausgeben wollt. Ich kann es auf jeden Fall gebrauchen. Du kannst aufhören. Ich komme, wann immer ich Lust habe. Und ich komme sicher nicht häufiger... wenn du mir immer sagst, ich soll kommen. Das bringt nichts. Als Glück sind wir hier in Skyrim und nicht sonst wo. Wenn sonst wo würdest du deine Kunden auf diesen Weg... mit diesen Mitteln eher vertreiben als anlocken. WTF? W-W-W-G-F-E-G-E-S-M-K-E-S-M-E-S-P-R-N-G-S-P-R-NG-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M? Ich pehre das nicht. Okay. Was zum Teufel? Okay. Wir sind auf bestem Wege. Okay. Gut. Vollgeheilt sind wir nun auch. Okay. Da in diese Richtung muss es wohl sein. Nochmal auf die Map. Irgendwo unten in der Nähe des Flusses. Ja genau. Wie viel Leben da verloren geht. Ähm. Das ist doch nicht fair so was. Das ist doch Betrug. Okay. Okay. Weisslauflage der Sturmmäntel. Seid ihr freundlich? Ja. Scheinbar. Okay. Nun wird es auch auf der Minimap angezeigt. Ah und da sehe ich es auch schon. Okay. Wie? Wie? Bis hierher und nicht weiter. Bis hierher und nicht weiter. Ihr hättet nie herkommen sollen. Oh. Ssshhh. Sshhh. 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 Das war schon alles? Wer habt ihr nicht drauf? Wo ist... Wer hast du nicht drauf? Sshhh. Das glaubt ihr. Ihr habt eine Chance. Sshhh. Sshhh. Okay. Komm her, Mistvieh, geschieht dir recht, Scheißteil. Okay, unter den Zeichen kann man, nee, nee, so einen Scheiss möchte ich nicht, das ist unnütz. Das möchte ich hier hinreisen, nee, wieso sollte ich Tote wiederbeleben wollen, für das gibt es, für das habe ich zuhause, wenn ich es mal wollen würde, einen Stab der Zombies.